Vielen Dank. 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 zumindest was die klassische Musik betrifft, deutlich vielfältiger und sinnlicher werden muss als ein musealer Dauererhaltungsbetrieb oder das mantraartige Wiederkeuen unendlich oft geäußerte Interpretationen des immer gleichen Repertoires. Eine Chance, zumindest der Blick in eine offene, vielleicht auch ungewisse Zukunft. Bestärken wir uns im unerschütterlichen Bewusstsein dafür, dass unsere Gesellschaft die Auseinandersetzung mit künstlerischen Inhalten und das eben mehr als bloße Unterhaltung braucht, um über sich hinaus zu wachsen. Treffen Sie mutige Entscheidungen, seien Sie offen und bereit für ein vielschichtiges und diverses Berufsfeld, das definitiv zu den Schönsten gehört, die ich kennengelernt habe. Allein der erste Instinkt oder das erste Gefühl, eine Musikhochschule zu besuchen, um dort zu studieren, ist bereits wertvoll als entschiedener Akt eines künstlerischen Gesellschaftsbeitrags. Josef Beuys, das diesjährige Geburtstagskind, sagt ganz plakativ, jeder ist Künstler. Etwas differenzierter ausgedrückt heißt das vielleicht, jeder Mensch hat grundsätzlich die notwendigen Rezeptoren, künstlerische und ästhetische Erfahrungen zu machen, die über die bloße Sinneswahrnehmung hinausgehen, sondern die Sensation eines geschärften Sinns, und hier bleibt es eigentlich gleich, um welchen Sinn es sich handelt, die Ohren, die Augen, Nase, Mund, Haut, der siebte Sinn, achte, diese Sensation eines geschärften Sinnes bewusst zu genießen und zu reflektieren. Die Aufgabe der Kunst also, diese Sinne zu öffnen, oder wie der kürzlich verstorbene Komponist und Dirigent Hans Zenders formuliert, die Sinne zu denken. Und das alles mit einer künstlerischen Ausdruckswelt, die jenseits der Worte und Erklärungen liegt. Behalten Sie sich den Glauben an jene metaphysische Kraft des Klanges, mit der Orpheus wilde Tiere bändigte und selbst die furchteinflößenden Götter der Unterwelt zu Tränen rührte. Und stellen Sie in Ihrer weiteren Lebensentfaltung höchste Ansprüche an sich, dieser Verantwortung für Klang, für unseren Klang, gerecht zu werden. Leben heißt Veränderung, sagt Buddha. Alles fließt und wir steigen niemals in denselben Fluss, schreibt Heraklid. Was bedeutet das für unsere Zukunft? Die Frage der unmittelbaren Zukunft hat diese Pandemie für Kulturschaffende knallhart aufgeworfen und es muss gelingen, dass künstlerische Kreation und die Vermittlung von künstlerischen Inhalten weiterhin gesellschaftlich gewollt und relevant bleiben. Ich bin mir sicher, dass genau Sie zukünftig dazu beitragen werden und dass hier Erlebte und Erlernte in einer Welt hinaustragen, die künstlerische Impulse, Erfindungsgeist und Fantasie nötiger hat denn je. Alles Gute. Applaus 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 kaum sichtbar wenn sie vorbei stecken rufe ihr dort im Bewegung wenigen war so heller Blick auch bei Nacht noch zu singen flammes sans cesse changeant d'air qu'à peine on voit quand elle passe crie en mouvement dans l'espace peu ont la vision assez claire pour chanter même dans la nuit oh 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 Amen. 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 Liebe Hochschulmitglieder, liebes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Absolventinnen und Absolventen, all das Üben, Proben, Lernen und Studieren haben sich gelohnt. Ich beglückwünsche Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, nicht nur zu Ihrem erfolgreichen Abschluss Ihres Hochschulstudiums, nein, ich beglückwünsche Sie auch sehr zu Ihrer erfolgreichen Mitgliedschaft im Alumni-Verein der Musikhochschule Lübeck, in dem ich Sie besonders herzlich willkommen heiße. Sie haben es geschafft, Sie haben es sich verdient. Mit dem heutigen Tag sind Sie Teil des erlauchten Kreises von Ehemaligen, die an dieser Hochschule studiert und gearbeitet haben und die kontinuierlich in einer besonderen Gemeinschaft ehemaliger Hochschulmitglieder zusammenwachsen. Auch wenn es Sie raus in das Leben drängt, Sie sind und bleiben uns wichtig. Deshalb bieten wir Ihnen mit dem heutigen Tag eine kostenlose fünfjährige Mitgliedschaft an, denn neben der Studierendenförderung versteht sich der Alumni-Verein auch als Begleiter auf dem Weg zum Berufseinstieg sowie als Mittler zwischen Beruf und Hochschule. Profitieren Sie von den Vorteilen und vielfältigen Angeboten, die Ihnen eine Vereinsmitgliedschaft bietet, von der weiteren Nutzung der Musikervermittlung über Workshops und Seminare rund um das Musikbusiness, die Ihnen auch nach dem Studium offenstehen, bis hin zum Netzwerk an interessanten Persönlichkeiten, die Sie unter anderem bei unseren Alumni-Treffen oder beim Alumni-Tag kennenlernen können. Was Sie auch für Fragen oder Herausforderungen vor sich haben, sprechen Sie uns an. Wir wollen Ihnen helfen, wir können Ihnen helfen, wir helfen Ihnen gern. Gleichzeitig lebt der Verein von dem Engagement und der Vielfalt und der Vielzahl seiner Mitglieder. Auch deshalb möchte ich Sie einladen, über die fünf Jahre hinaus Mitglieder im Alumni-Verein zu bleiben. Unterstützen Sie uns und damit zukünftige Studierende, indem Sie Kontakt zu uns halten, Ihre Erfolge und Erfahrungen mit uns teilen. In den zurückliegenden Jahren wurde an dieser Stelle der Alumni-Preis verliehen. Auch in diesem Jahr möchte der Verein den Preis an verdiente Studierende verleihen, unser Beitrag als Ehemalige die Studierenden von heute zu unterstützen und ihre Leistungen zu würdigen. Bis zum 15. September haben alle Hochschulmitglieder und Alumni die Möglichkeit, Studierende für den mit 1.000 Euro dotierten Alumni-Preis 2021 vorzuschlagen. Alles Weitere dazu finden Sie auf unserer Webseite unter www.alumni-mhl.de. Wir würden uns auf weitere zahlreiche Bewerbungen sehr freuen. Dass Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, Ihr Studium in diesen Zeiten erfolgreich beendet haben, Zeiten, die für uns Kulturschaffende von besonderer Herausforderung sind, und dass Sie den Sprung ins berufliche Leben wagen, zeigt eines deutlich, Ihren unbändigen Willen, Musik zu machen. Und wann, wenn nicht jetzt, braucht es Menschen, die für die Musik brennen, die andere durch Musik begeistern, die andere für die Musik begeistern. Bewahren Sie sich Ihren unbändigen Willen, Ihren Mut, Ihren Optimismus und Ihre Zuversicht sowie Ihre Begeisterung und Leidenschaft für die Musik. Machen Sie gerade jetzt unbedingt Musik zu Ihrem Beruf, zu Ihrer Berufung. Gleichzeitig rufe ich die politisch Verantwortlichen auf, niemals den Wert und die Bedeutung der Künste für die Gesellschaft zu vergessen, sie nachrangig zu behandeln oder sukzessiv zu vernachlässigen. Wir brauchen die Künste. Wir brauchen Musik. Sie ist Teil unserer Kultur und Identität. Wir brauchen den Musikunterricht in den Schulen. Wir brauchen die musikalische Früherziehung ebenso wie die Breitenförderung. Wir brauchen die Chöre und die Orchester. Die Big Bands und Kammermusikensembles. Eine Welt ohne die Oper ist ein Irrtum. Und was wäre ein Gottesdienst ohne die Orgel? Deshalb brauchen wir die Kulturschaffenden. Deshalb brauchen wir Musikhochschulen. Deshalb brauchen wir Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen. Und deshalb brauchen Sie unsere ganze Unterstützung. Gern möchte ich die Gelegenheit für ein persönliches Wort des Dankes nutzen. Als jemand, der aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Musikhochschule Lübeck blickt, möchte ich all jenen danken, die in den zurückliegenden Monaten, ja sogar Semestern das Studium an der MHL möglich gemacht haben. Zuallererst den Lehrkräften dieser Hochschule, von den Professorinnen und Professoren über die Kolleginnen und Kollegen im Mittelbau bis zu den Lehrbeauftragten, die unter erschwerten Bedingungen sowohl in Präsenz als auch digital weiter mit Leidenschaft unterrichtet haben. Ein besonders großer Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen unserer Verwaltung. Vom Studiensekretariat über das Büro für Internationales, die Bibliothek, die allgemeine Verwaltung und das Gebäudemanagement, das Brahms-Institut, die Stabsstellen des Präsidiums, der IT-Support, das Tonstudio, bis hin zum Haus der Kommunikation mit seinen Sachgebieten KBB, Pressestelle und Marketing, sowie unsere Pförtnerinnen und Pförtner, Sie alle, haben es erst möglich gemacht, dass der Studienbetrieb an der Hochschule aufrechterhalten werden konnte. Ein außerordentliches Dankeschön gebührt dem Präsidium. Die ununterbrochene informative Kommunikation von Beginn an, das vorausschauende und umsichtige Handeln und Führen, oftmals ja auch nur auf Sicht fahrend, dabei stets lösungsorientiert und davon geleitet, zu jeder Zeit auch unter erschwerten Bedingungen ein inspirierendes künstlerisches, pädagogisches und wissenschaftliches Studium an der MHL zu ermöglichen. Vieles mehr könnte noch gesagt werden, um zu beschreiben, welche Kraftanstrengung unternommen wurde für das Vorankommen der Studierenden und damit für die Kunst und Kultur im Allgemeinen. All dies zeichnet das Präsidium und in besonders hervorragender Weise unseren Präsidenten, Professor Rico Gugler, in der Spitze aus und dafür einen ganz besonders herzlichen Dank. Alle haben in den vergangenen Monaten Enormes geleistet. Nicht wenige haben bis zur Erschöpfung gearbeitet. Ich persönlich blicke mit Dankbarkeit auf das Geleistete, zeigt es doch, dass auch in schwierigen Zeiten so vieles erreicht werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Es kann einen hoffnungsvoll stimmen, dass wir gemeinsam auch andere gewaltige Herausforderungen meistern werden. Ich wünsche dieser Hochschule, dass sie sich den Geist bewahren möge, auch weiterhin nach Lösungen zu suchen und sie gemeinsam im kollegialen, wertschätzenden Umgang umzusetzen. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. 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 Und ich beginne nun mit den Absolventinnen und Absolventen des Bachelor of Arts. Den Bachelor of Arts haben abgeschlossen in diesem Sommersemester Frau Sophie Gorwes mit Hauptfachgesang, Herr Hilko Engberts mit Hauptfachgesang, Herr Anton Kreber auch mit Hauptfachgesang, Frau Friederike Janke, ich hoffe auch mit Hauptfachgesang, da ist ja wahnsinnig viel Gesang hier, Frau Veronika Kuhl, hier steht auch Hauptfachgesang, Frau Sandra Becker, Hauptfachklavier, Frau Alina Franziska Johanne Henning, Hauptfach Posaune, kein Gesang, und dann möchte ich noch die zwei Studierenden, den Absolventen für den Master of Education, Herr Maximilian Busch, Hauptfachklavier, und Frau Elisabeth Strake, mir Hauptfach Trompete auf die Bühne bitten. Möge kommen, wer hier ist. Danke. Vielen Dank. Sie können also gerne auch mit dem Aufmarsch beginnen, währenddem ich schon spreche, ich kriege das irgendwie hin, mache eine Pause, mache keine Pause, was auch immer. Ich möchte jetzt die Absolventen und Absolventen für den Bachelor of Music, das sind ein wenig mehr, und beginne mit den Bläsern Frau Omer Idan, mit dem Hauptfach Oboe, Frau Anna-Katharina Metz, Hauptfach Klarinette, im Hauptfach Fagot, Frau Maria Rodriguez-Diaz, und mit dem Hauptfach Flöte, Frau Savina Marinova. Hauptfach Schlagzeug rufe ich auf Frau Coralie Cordelia Comon, Herr Hayu Fu und Herr Holger Röse, alle Hauptfach Schlagzeug. Herzlichen Glückwunsch. Es geht weiter mit den Tasten, drei Klavierabschlüsse, Frau Juni Shen, Herr Albin Song, haben wir gerade vorhin gehört, wir müssen jetzt ein bisschen lauter reden, und Frau Valencia, Valencia, alle drei Hauptfach Klavier. Ich gehe weiter mit dem Hauptfach Gesang, Herr Kolja Martens, Herr Jan-Kid Wong und Frau Christine Standkowski, die sind sehr wahrscheinlich gerade in Bad Oldesloe am Proben, weil da geht es ja am 17. und am 18. mit den ersten Takten Zauberflöten zu Werk. Ich komme zu den Streichern mit den drei Kontrabässen, Herr Joscha Hartmann, Herr Kai Lindensruth, Frau Julia Höte. Kommen Sie schon in Ruhe runter, ich sehe, es bewegt sich was, und ich beglückwünsche auch Herrn Daniel Burmeister mit dem Hauptfach Viola, Frau Anna-Theresa Bernardini, Hauptfach Violine, Frau Jora Kama, Hauptfach Violine, Herr Jasper Noack, Hauptfach Violine, Frau Katharina Sophie Heise, Hauptfach Violine und Herr Philipp Alexandrovic, Hauptfach Cello. Herzlichen Dank. Applaus 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 Sehr schön, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Bachelor, es fehlen noch zwei, in meiner Buchhaltung hier, eine sitzt hier, äh, nie, sitzt nicht hier, Entschuldigung, falsche Harfe, Frau Svantje Wittenhagen, auch eine Harfe, Applaus Applaus Genau, mit zwei Zeilen verfehlt, herzlichen Glückwunsch und Herr Elias Antonia Bello Garicote im Hauptfach Komposition. Applaus 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 So, jetzt müssen Sie eine zweite Reihe bauen, kriegen Sie hin, das kriegen Sie hin, und ich komme zu den Master Absolventinnen und Absolventen, bei den Bläsern haben wir einen Abschluss, Frau Clara Kaschel, Hauptfach Flüte. Ich komme direkt zum Schlagzeug, Herr Aaron Robinson, der ist normalerweise auch irgendwo hier rum, an irgendeiner Elektronik, und mit Hauptfach Orgel, Herr Rio Tamiya. Dann viermal Hauptfach Klavier, Frau Diana Arredo, Herr Andrea D'Alonso, Herr Rodolfo Foccarelli und Herr Peter Marinov-Kostov. Mit dem Hauptfach Gesang haben wir auch drei Masterabschlüsse, Frau Mejan Han, Herr Boniou und Frau Rosia Reyes-Romero. Wir gehen weiter mit den Streichern, beginnen diesmal mit den Bratschen. Den Master erhält Frau Sanchi Park, Hauptfach Bratsche, Frau Jule Valentine Pünier, Hauptfach Violine, ebenfalls Hauptfach Violine, Herr Philipp Schell, Frau Ada-Maria Schwengebecher und Frau Alexandra Suhr sowie Frau Tingwei Tan, alle Hauptfach Violine, und drei Celli, Frau Magdalena Ceple, Frau Melis Eshi Sakabas und Frau Xinqi Wang. Herzlichen Glückwunsch, ich gehe weiter. Applaus Nee, habe ich nicht. Ich bin absolut richtig in der Reihenfolge, alles korrekt. Hier will mich einfach einer durcheinander bringen. Ich gehe weiter mit der Kirchenmusik, Kirchenmusik A, Herr Thilo Tühlmann mit dem Hauptfach Orgel und Master of Music Musikpädagogik. Genau, so ist es. Frau Luise Sorge, Hauptfach Gesang, die vermisste Frau Nora Elisa Kahl, Hauptfach Harfe und Frau Svenja Lippert, Hauptfach Violine, Frau Sina Lützenkirchen, Hauptfach Violon Cello. Jetzt dürfen Sie auf die Bühne kommen. Applaus Und ich schließe jetzt ab mit vier Konzertexaminantinnen, Examinant Frau Kanaka Shimizu, mit dem Hauptfach Orgel, erhält das Konzertexamen, Herr Nao Tohara, mit dem Hauptfach Violine und Herr Kanyung Li, Hauptfach Cello und mit dem selben Hauptfach erhält das Konzertexamen der Musikhochschule Lübeck, Herr Yengwang Li. Herzlichen Dank. Aber soweit sind wir durch und haben jetzt, es freut mich, dass doch so viele Studierende und jetzt Absolventinnen und Absolventen hier auf der Bühne sind. Das ist einen großen Applaus wert. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Sommerpause und ein bisschen Erholung. Herzlichen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.